Hallo ihr Unlustigen! Jetzt gerade ist es Samstag, der 26. Dezember 2020 um 21.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt habe ich 162 Abonnenten und 1269 Aufrufe. Ich bin mir zu 99,99999% sicher, dass du aus der Zukunft kommst. Also kannst du diese Zahlen mit den derzeitigen Zahlen vergleichen. Falls wir bei 200 Abonnenten sein sollten, schreib eine Kartoffel in die Kommentare. Das wäre cool. Schildkröte